hallo und herzlich willkommen zur ersten folge party animals mit am stand natürlich mo und markus ihre kanäle wie immer unten in der video beschreibung verlinkt wir haben auf dieses spiel sehr sehr lange gewartet 2020 oder so war die erste demo die einzige demo war glaube ich zu diesem steam demo fest oder was auch immer da haben wir das gezockt und wir hatten so viel spaß haben so bock habe auf dieses spiel und es hat echt sich hingezogen die ganze zeit nur so halbe infos wann kommt endlich raus und jetzt rauskommen heute am 20 september und wir sind durch direkt reingejumpt ist ein kleines party game eigentlich kann man es total vergleichen mit gang beasts also man hat lustige physics man klopft sich ein bisschen dabei sieht man aber aus wie diese süßen kleinen tierchen wie jetzt hier auf der couch diese katze oder der hund da gibt es immer noch ganz viele sieht man rechts eingeblendet alle möglichen noch mit lustigen kleinen outfits ich finde es sich vom spielen her fand ich sogar ein bisschen besser als gang beasts aber man sich irgendwie lustiger kloppen kann und noch so items hat und so aber das seht ihr alles gleich ich verlabere hier viel zu lange wir springen einfach direkt rein ins gemetzel bis gleich am oa scheiße sind wir der gleiche ist der kacke wie sagst du dafür schon das geht ja weil ich hatte spinnt habe ja den gleichen skill wie ich nein schon an ready nein ich habe also zehn ex gespinnen aber da drin ich kann ich kann schwimmen im wasser kein problem ich ich habe das hallo ja ich bin der gorilla hat mich schon ins wasser ko box was mache ich hier eigentlich was sind eigentlich die 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 farben der namen aber da steht blue und green und du bist orange und ich bin allein oder was moment ich habe die steuerung wieder vergessen ich habe das zu toll gemacht ich habe den job kick also wo den schläger nicht mehr nein wie nehme ich offen kommen den nehmen wir zusammen hier nein nehmen wir nicht mich ja gar nicht so leicht die die wien immer noch so waffen alter scheiße ich bin ganz alleine wie viel aber man kann die kamera drehen das wusste ich nicht hier ist schon eingefroren da drüben ja und jetzt so ist noch mal das x war schläger ich muss hier raus das sieht gar nicht gut aus das ist mein ich kann mich raus ich komme nicht raus man muss doch zu kletter gedrückt halt oder nicht was heißen die sachen da unten mit der banane kann ich hier sachen rein sporen oder was ja da kannst du ganz allein werfen vorsicht ok ok jetzt hier noch diesen fisch da werfen wir auch der gründer ist wieder aus dem wasser aber ich bin im wasser hatte wie der weiße ich glaube ich bin das markus sehen gar nicht da eingefroren ich kann auch nah an sich gehen okay dass sie dich hoch nein mann ich bin so gut drin gehalten wenn man eingefroren ist kann man nichts mehr machen man kann sich da noch so bewegen in dem eis also es dauert noch ein bisschen ja bis du ganz drauf bist du ganz grau bist dann ich bin mir direkt die accessoires verlieren kronen die brillen nein max nein 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 hilfe komm her Junge Alter Junge Boah Hallo ich wache nicht auf Hilfe Ich wache nicht mehr auf Ich muss raus Hilfe Aua Aua hey Auf Haha Rause mit ihr Nein Bruder komm hoch Nein Hilfe nicht mich runter drücken Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ach Nein Hilfe Nein Hilfe Ich Hilfe Nein die scheiß taube Oh Ich bin tot Nein Ich bin so glitschig ich komm nicht mehr hoch Irgendwas hat gerade mit ping oder so ich weiß nicht was passiert ist Aua Ich bin einfach tot gelaufen Irgendwas ist hier grad schief gelaufen Irgendwas ist hier grad schief gelaufen Irgendwas ist hier grad schief gelaufen Ich hatte so viele von diesen Pfeilen da im Nacken dass ich nicht richtig laufen konnte So Markus komm Ja Markus komm wieder raus da Wie kann man denn da Ja Der Fisch Der Fisch hat ihn ausgedrückt Das ist genug Ich müsste Wieder blau Blau hier Ja Die kitzert Blau jetzt Scheiße ich hab jetzt nicht mehr geschlagen Ich will diese Pfanne Ja 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 Ich will das falsche Wie Also ich drück die ganze Zeit das falsche Aua Das ist doch Wie der blaue die ganze Zeit weg läuft Der eklige Ja Alter Ich will doch nur diese Pfanne haben Ja Alter Der blaue der läuft die ganze Zeit weg Der andere Hai Guck wie er rumsprüßt Ja jetzt hast du weitergefallen Nein ich auch Oh ich bin weit geslittert Ach Mo Boah ich frat fast in die Fresse Nein Ich bin Jemand hat mich getötet mit dem Schlag Ja Markus was ist mit dir los Loll Ich wollte den anderen nehmen Hast du mich grad da reingediktet Ja Ich hab mich schon gefreut Und hab mir gedacht geil Äh Ich hab einen weggesnackt jetzt Ich wusste gar nicht das geht Ich wurde einfach gerade mit dem Schlag getötet Ja man kann auch ganz gekillt Ach Scheiße Der ist ja kacke Al Ich bin wahrscheinlich Lied Jetzt hoch hier wieder Mo Jetzt Da hast du Was denn Aua Das hab ich gesehen Mo Auf Ja Mo Oh Laut sind aber tot Sehr gut Kacke Wie wirft man denn die Sachen Wir müssen mal einen machen jetzt hier Ja Ich weiß Boah Der ist eigentlich in meinem Team Ach der Der Bruce Der Hai Alter Geh da hoch jetzt Wie nimmt man Waffen Du Nimmst dir gar nichts Ich will diese Bratpfanne Sag mal Jetzt ist die Bratpfanne ins Wasser gefallen Ich hab dich nie mal reingeschickt Du hast mich ausgenockt Alter Wie weit hat der mich denn geschlagen Jau Oh Marcus Oh 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 Das ich hier Das ich das überlebt habe Joe Oh seine krasse ausweich rolle es war moore den kopfnuss gegeben ist aber was ich hat sich ordentlich erwischt ist gerade durchs bild geflogen warum brennt das hütchen die taube ich hab den grünen hier nee der fisch der fisch ich bin ausgenommen ach mann was ist das denn haben ein team mit auch tot neben mir na toll also ohne item ist echt schwierig finde ich aber items grabben ist einfach grabben oder er wird jetzt gewonnen ich habe a friend wieder football für mich ist ja alles neu perfekt geile scheiße ballspiele sind immer schwierig sind wir in einem team das wäre neu das wäre natürlich premium jetzt ok wer nehme ich denn hier wählt mal ihr Buben der schick der pup emojis blutgrätsche ich hatte gorilla der gorilla die ich habe los sprüht auf uns ist keiner ich glaube ich habe den gorilla sind es drei teams diese david ist ein ganz schöner vollidiot irgendwie ausgedockt hat uns beide ausgedockt ja Markus muss aufstehen oder kleines snickerchen hier ach man ich bin schon wieder tot die sind jetzt zu vierter vorsicht machen meiner jawoll ja ich habe ihn abgedrängt ich habe gar nichts gedrückt ich habe nicht geschlagen ich war das nicht was soll jetzt ich liege hier ach man oh nein Hilfe ich bin nicht der Ball auf Vorsicht der greift an schnell nein jetzt da wirf weg ich bin ausgedockt nach oh ja ja geil touchdown ey hat er dir so eine reingehaut ja guck mal wie die Beine auf mich die Gorilla aus der Drehung hat er ihn mit einer Hand gegrabt sehr gut sehr schön sehr schön wunderschön das heißt es in meinem Football Tor sagen oder ist es auch Tor touchdown das ist ja auch mich in der Hand es gibt auch ein Tor ja oh ja oh so knapp jawoll Max wohl nicht mich irgendjemand nein die haben den ich werde die ganze Zeit mitgeslippt scheiße jetzt aber schnell schwackt jeder ich habe kein Ausdor nein das schaffen wir nicht aber das ist so kurzer Wurf das steht noch eine mit der Hund ah scheiße kacke und dann hat er mit seiner Wampe reingeschoben ich habe den Gorilla Platz gemacht ah nein ein Karo oh scheiße tiefer Markus scheiße die ziehen schon wieder oh an die ich nehme ihn einfach mit oh jetzt hat ja Max ja ja das war gut weiter weiter ja jawoll lauf Markus lauf scheiße was macht ihr ja alter hä Mo hast du grad mich benutzt oder wir haben bitte Power of French haben wir den gefeift guck mal ich glaube du hast mich reingenommen während ich zu Bayern hatte schon mal jawoll jawoll so musste es nicht alter ok danke sorry nein 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 ich bin k.o. ich bin k.o. wo rette ihn schmeiß sie weg nein ich bin schon umgedreht hä warum die jetzt nur einen vorschein gemacht ich schau manchmal viel zu sehr auf Spiegel sehen als auf meinen Charakter boah weiter ich bin tot scheiße das ja 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 habt ihr ja ja weg diese blöden gorillas oh nein 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 ja ich bin k.o. hä 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 ne da muss einer in der Hand haben oder ach so scheiße kacke oh das war der letzte der Brüder hat einer von uns oder so ich habe nicht ne ne also ich habe ihn in die Hand genommen und es ist gleich vorbei oder tja moe schläfst du da eigentlich im Ziel he ich mache sein Nickerchen boah alter ja nicht da gut er hat mich hilfe ja ja geil ich wurde dann führt währenddessen kidnapping aber kein problem ich meine schon weggetragen links soll ich lieber nicht für ein date am see mal schwirren ach scheiße was ist das denn na mo du auch hier ja glück hier noch ein bisschen scheiße ja weißt du oh die musst du abwarten mach es ja ach ach mo er hat mich ausgenockt ach ja schmeiß ihn raus schmeiß ihn ja ja ist weg weiter 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 da ist ja der Gorilla hat ihn Guse er hat den Brüder ausgenockt ach scheiße nein warum ist das denn nur blaue hab ich ihn irgendwie aber irgendwie auf nein schmeiß ihn weg hier ein bisschen weg hier was ist denn los scheiße warum geht der nicht kaum ich hab die Taube ich hab die Taube jetzt hat jetzt hat er mich schon wieder lass mich los zu sack nein der Gorilla wie stark ist der er ist halt ein Gorilla oh eine Minute noch scheiße ich hab Emote gemacht ja rausgedockt marcus ja ich versuch's schweiß ihn schweiß ihn ja ich hab die Gorilla gedockt nein scheiße jetzt komm aber her hier jawoo ja lauf los 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 wo ist mich los das gibt's nicht sag mal ich krabbel mich hier die ganze Zeit an der lässt mich nicht los der david nein 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 ach man ach toll das war's jetzt ich wurde in die Endzone getragen ach schön ja das war jetzt scheiße verdammt äh erst mal ein Schläfchen machen ja das war ein Schläfchen machen echt ist so hallo ich bin auch noch Bild oh nein ich bin tot wo bin ich wo bin ich Alter da lieg ich da lieg ich diese Bilder sind so geil ach schön was ist immer mit der Folge oder? äh ja zwei Muscheln haben wir level up geil ja ich nicht frech du bist ja ach so du bist jetzt das level 5 ach so du bist jetzt das level 5 naja also ja in diesem Sinne würde ich sagen vielen Dank für zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video oder? ich hab die Autor aber schon raus ach so ja dann tschau tschau tschüss zum schau tschau tschau tschau